so ein nicht unerhebliches thema jetzt in der ja wie sag mal feiertags relevanten zeit ist da korrekte tragen von handtaschen weiße jetzt mal theoretisch angenommen du gehst jetzt praktisch mit deiner frau ja so irgendwo hin und dann sagt sie zu dich ja sie muss noch mal kurz in den einkaufsladen nur mal kurz schnell rein hier und damit schneller geht gibt es mal kurz handtasche bisschen naiv nehmen sie handtasche frau geht mal kurz rein aber ist ja nur ganz schnell und sie ist vielleicht schnell im reingehen aber in laden ja ist sie dann vielleicht ja gut bis zum ende des vergangenen jahres inklusive angeschlossene osterferien und du stehst draußen und schweiz sie einen ab und denkst scheiße auf der lampenschale wie soll ich die scheiß handtasche tragen hier ich krieg die krise wenn mich einen so sieht mit handtasche tragen womöglich noch hier bei mich ist höchst strafe wenn meine nachbar ist mit seinen sohn mit dem mani mit der profi viertklässler wenn der vorbeikommt dann sagt er sagt bestimmt zu mich na hier ist frauchen drin schön brav warten und das will ich mich nicht antun deswegen habe ich hier ja eine hilfestelle eingerichtet für männer die in solch einen brenzligen situation sich verhalten müssen und zwar ist also wenn die wie gesagt jetzt draußen vor den laden bis frau geht rein hebt draußen handtasche da muss sie ein auf locker bringen ja stehst einfach an die seite und hebt die handtasche mit einer hand unteren arm leicht schräg und wenn einen vorbeikommt bevor der dann hier schon mal hier bei dich was sagen wir sagst du kannst dir vorstellen ist hier gestanden hier habe ich mal an mich genommen bestimmt für uns sache ich warte nur kurz bis meine frau rauskommt dann kann ich reingehen und hierbei die ja bei die wie heiße bei der konzeption sagen datische dinge hier gefunden habe wenn du das machst dann hast du keine a-karte gezogen dann bist du auch im grünen bereich verstehe verstehe